Das Legen einer Magensonde ist eine ärztliche Maßnahme, die aber an dafür qualifizierte Pflegende delegiert werden kann. Indiziert ist eine nasogastrale Sonde zur Ableitung, zur Ernährung oder aus diagnostischen Zwecken. Beachten Sie, dass die Intervention für die Patienten eine belastende Situation darstellt. Informieren Sie den Patienten daher sorgfältig über Ziel und Zweck der Maßnahme und sorgen Sie für eine ruhige Atmosphäre. Die Größe und das Material der Sonde wählen Sie für jeden Patienten individuell aus. Für diagnostische Zwecke wählen Sie einlumige Sonden aus PVC. Ernährungssonden bestehen aus säurebeständigem Kunststoff. Folgende Materialien benötigen Sie außer dem Magensondenset mit hautschonendem Pflaster. Gleitgel, ein Spray zur Lokalanästhesie, eine Nierenschale mit Zellstoff, ein Stethoskop, Händedesinfektionsmittel, ein Wasserglas mit einem Strohhalm, eine Blasenspritze, einen Permanentmarker, einen Sekretbeutel und unsterile Handschuhe. Ehe Sie die Sonde einschieben, messen Sie die notwendige Länge ab. Diese sollte dem Abstand Nasenspitze, Ohr, Magengrube entsprechen. Markieren Sie die Länge mit Permanentmarker auf dem Sondenschlauch. Reichen Sie dem Patienten die Nierenschale und sprühen Sie seinen Rachenraum mit dem Lokalanästhetikum ein. Der Patient sollte dabei die Augen verschließen. Mit dem Gel machen Sie die Sonde gleitfähig. Achten Sie darauf, dass die Augen der Sonde nicht verstopft werden. Lassen Sie den Patienten abwechselnd durch die Nasenlöcher atmen, um zu beurteilen, welches am besten belüftet ist. Bitten Sie den Patienten, ruhig ein- und auszuatmen und den Kopf leicht nach hinten zu nehmen. Anschließend führen Sie die verschlossene Sonde unter leichten Drehbewegungen etwa 10 cm tief ein. Bitten Sie den Patienten, den Kopf nach vorne zu neigen, um die Glottis zu verschließen. Nun sollte der Patient mehrfach schlucken. Währenddessen schieben Sie die Sonde zügig bis zur Markierung vor und achten Sie hierbei auf den Patienten. Bei Hustendreiz, Luftnot oder Zyanose ist die Sonde wahrscheinlich in die Trachea gelangt. Plötzlicher Schwindel oder Bewusstseinseintrübung können durch eine durch den Vagusreiz ausgelöste Bradycardie entstehen. Entfernen Sie in beiden Fällen sofort die Sonde und informieren Sie gegebenenfalls den Arzt. Vergewissern Sie sich zunächst, ob sich die Sonde nicht im Mund aufgerollt hat. Um die korrekte Lage zu kontrollieren, öffnen Sie die Sonde und insufflieren Sie circa 10 bis 20 Milliliter Luft. Mit dem Stethoskop überprüfen Sie, ob Sie eindeutige Geräusche im Magen des Patienten wahrnehmen. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie nicht sicher sind. Alternativ können Sie auch ein wenig Sekret abziehen und mit Hilfe eines Lackmuspapierstreifens den pH-Wert prüfen. Letzte Sicherheit kann eine Röntgenuntersuchung bringen. Fixieren Sie die Nasensonde am Nasenrücken mit einem Pflaster ohne Zug auf die Sonde auszuüben. Die Sonde sollte frei im Nasenloch liegen, damit keine Druckstellen entstehen. Erkundigen Sie sich nochmals nach dem Befinden des Patienten. Entfernen Sie anschließend alle Materialien und dokumentieren Sie die Maßnahme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017